Hallo und willkommen zur nächsten Folge. Ja, wir machen hier in der Playlist weiter mit einem Edition-2-Buch, mit dem Buch der Regeln 1, Grundregeln der Jagd. Und diejenigen, die das vielleicht nicht so mitbekommen haben, es ist ja mittlerweile so, dass Ulysses auch bei Hexen das Hauptbuch, also das Grundregelwerk aufteilt. Und das haben sie eben mit Buch der Regeln 1 und 2 gemacht. Das erste kostet, glaube ich, 45 Euro und ich glaube das zweite, also Ausbauregeln und Bestiarium heißt es dann, kostet, meine ich, 50 Euro. Also, als PDF natürlich weniger, ist klar, aber das ist natürlich eine Hausnummer, wenn man als SL da einfach mal sich eindecken will mit allen grundlegenden Dingen, dann ist man die knappen 100 Euro auf jeden Fall los. Das ist schon heftig. Klar, es ist irgendwie alles teurer geworden, gefühlt, aber ja, Ulysses hat auf jeden Fall seine ganzen, zumindest wichtigen Bücher immer mal stückweise erhöht. Ich hatte ja mal irgendwann ungefähr ausgerechnet, um wie viel und ja, das wurde stückweise halt so erhöht, dass es am Ende, also ich habe jetzt bei DSA vor allem geguckt und bei Hexen so um circa ein Drittel oder knapp ein Drittel dann erhöht war. 30 Prozent oder so. Naja, und dann kosten die ganzen Sachen eben mehr. Die Aufteilung an sich finde ich natürlich nicht schlecht, weil das folgt natürlich schon dieser modernen Auftrennung von, ich sag mal, Spielerwissen und Spielleiterwissen. Da habe ich nichts groß gegen. Haben sie bei Cthulhu ja auch noch irgendwann gemacht. Finde ich eigentlich okay. Natürlich ist es so, wenn man alles in einem Buch haben will, dann als Spielleiter vor allem, und das bin ich ja auch gerne mal, auch bei Hexen. Da freue ich mich natürlich, wenn ich einfach alles in einem Band kaufe. Und ich glaube, das Hexen-Grundriegelwerk der ersten Edition hat, glaube ich, 40 Euro damals gekostet. Habe ich zum Glück auch. Ich glaube, auch in der überarbeiteten Auflage gekauft. Ja, und das gebe ich dann natürlich auch erstmal nicht mehr aus der Hand. Ja, na gut. Jetzt ist es eben anders. Ich habe hier auch die PDFs, aber ich werde mir das jetzt hier nicht nochmal wieder kaufen. Und unsere Runde, die gerade auch Hexen immer noch spielt, bis wir irgendwann DSA weiterspielen. Ähm, ja, die braucht das ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Wir haben uns einfach ein bisschen angeschaut, was sich hier und da im Detail ändert. Und, naja, wir ändern sowieso immer mal wieder irgendwo einen Monsterwert oder so. Also, ist alles relativ. Wir haben dann unsere Hausregeln. Wir haben zwar natürlich darauf geachtet, dass wir jetzt nicht mit Hausregeln ausarten wie bei DSA. Gut, da ist es auch übersichtlich. Aber wir haben dann wirklich nur ganz, ganz wenige Hausregeln und haben einfach die Übereinkunft getroffen, dass der SL einfach auch ad hoc immer mal Sachen anpassen kann. Wenn es grundlegendere Sachen sind, dann sagt er das natürlich, sodass die Leute das auch okay finden können. Ja, aber wenn er mal einen Monsterwert oder so anpasst, ja, das besprechen wir auch nicht mehr groß. Und Hexen soll ja auch schnell und fluffig gehen. Gut, ja, das ist erstmal das Cover. Das Inhaltsverzeichnis sieht man auch schon links. Hier dann eben einmal das, ja, in Anführungszeichen schmucklose Backcover. Es ist natürlich schon recht schmuckvoll, nur eben ohne Klappentext. Wie immer bei Hexen. Ja, dann nochmal einmal hier in Groß. Und hier unten steht ja auch dann zweite Edition. Und das finde ich auch sehr, sehr cool vom Layout her. Ähnlich wie bei der fünften Edition von DSA haben sie dann, wenn nicht eine Karte oder so hier vorne ist, haben sie dann wirklich einfach, ja, statt so einem Augenhintergrund oder, ich glaube, Katzenaugenhintergrund bei DSK, haben sie dann hier die Rabenkopf-Symbole, die ja ikonisch sind für Hexen 1733, also die Erfolgswürfelsymbole quasi, die Hexensymbole, wie sie, glaube ich, auch genannt werden. Ja, und dann kommt natürlich noch die übliche Europa-Karte. Die haben sie uns also gelassen. Die ist dann auch natürlich zwei Seiten lang. Ja, und nach einem weiteren Deckblatt sind wir dann hier im Inhaltsverzeichnis drin. Und ich meine, ich habe ja auch irgendwann schon mal ein Video gemacht bezüglich des Grundregelwerks. Ich glaube, ich habe da sogar mal eine Rezension gemacht. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Rezensionen habe ich ja eher selten gemacht. Ich weiß noch, dass ich ad hoc, weil ich Bock hatte, irgendwann mal eine Rezension für das Cthulhu-Grundregelwerk hatte. Aber hierfür weiß ich nicht mehr. Weil bei Cthulhu hatte ich das dann gerade zu dem Zeitpunkt dann irgendwann mal durchgelesen und habe das dann gemacht. Ja, hier gibt es auch noch einen Dank des Autors von Mycobada natürlich. Die Sommermonate, ja, die vermisst man mittlerweile. Jetzt ist hier bei mir gerade mitten drin im Herbst. Halloween kommt jetzt auch demnächst in ein paar Tagen. Ja, und das Vorwort hier nochmal zu der zweiten Edition und zu dem Buch hier will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Wir können natürlich jetzt hier nicht uns alles angucken, aber zumindest ein paar kleine Auszüge, ein paar Seiten, die kann ich euch natürlich zeigen. Ja, hier wird auch nochmal die Anrede besprochen. Und ja, da haben sie halt, damit man nicht überall irgendwelche Symbole hat, was sie anscheinend nicht so gerne wollen, haben sie eben gesagt, die Spielleitung ist einfach immer allgemein Spielleitung, also das Wort benutzen sie zwar auch, aber für den direkten Begriff Hexen, Meister, Hexenmeisterin, machen sie dann die weibliche Form und für Spieler dann die männliche Form. Ja, ist ein ganz guter Kompromiss, finde ich. So, und dann geht es hier eben natürlich los, was ist überhaupt Hexen? Die ganzen grundlegenden Dinge, die kommen natürlich hier dann erstmal, also alles, was Spieler, Spielerinnen wissen können, ohne dass sie jetzt irgendwelche Monsterwerte sehen oder so. Das finde ich natürlich generell ganz gut. Ja, natürlich gibt es auch mal ein Bild, was man schon kennt. Zum Beispiel hier. Ich glaube, das ist aus dem Ein-Deutsche-Landebuch. Ich glaube, da geht es gerade dann in dem Buch um einen Orden, Deutschritter-Orden oder so. Also, naja. Ja, natürlich erstmal das Übliche, was ist Hexen? Da haben sie auch wieder die üblichen Kategorien kurz erklärt, cinematisches Spiel, Action, Reich und es sind finstere Zeiten und so weiter und so fort. Also all diese üblichen Dinge, was Hexen ausmacht, das kennen wir dann eben schon. Das wird jetzt hier alles nochmal in leicht überarbeiteter Form aufgezählt. Ist übrigens auch für mich jetzt das erste Mal, dass ich hier reingucke. Also auch für mich alles noch neu hier. Ja, wollen wir mal schauen. Danach führen sie das Zeitalter des Barock nochmal auf einer ganzen Seite auf. Und machen da auch nochmal die üblichen Anmerkungen zu Magie und die Abgrenzung zur frühen Neuzeit und so weiter. Und dann geht es hier mit dem ersten Kapitel dann auch los. Das haben sie dann vom Stil her natürlich auch angepasst an spätere Bände von der ersten Edition. Hier dieses Pergamentige. Ich denke mal im SL-Buch gibt es dann weniger diese pergamentigen Sachen, sondern mehr Grün insgesamt. Das kennen wir ja auch schon aus anderen Aufteilungs-Layout-Arten aus der ersten Edition. Genau, die Welt halt erstmal. Und ja, das finde ich auch sehr schön, dass sie das vom Layout her jetzt hier so durchziehen. Und ja, hier geht es dann eben auch los mit der entsprechenden Historie. Natürlich auch, was sich alles geändert hat bei Hexen. Schicksalsjahr 1640. Ja, dann geht das hier in Jahresabschnitten entsprechend, also nicht in Jahresabschnitten so, dass jedes Jahr beschrieben wird, aber kommt ab und an doch mal vor, dass hier dann 41, also 40, 41, 42, 43, 44 und danach kommt 55. Und ja, dann halt immer in Abschnitten weiter. Ja, dann wird auch nochmal separat Mitteleuropa im Jahr 1733 beschrieben. Dann dann erstmal Heiliges Römisches Reich mit den entsprechenden Unterkategorien, also Bayern, Hannover und so weiter, Preußen, Habsburger Lande. Ich sehe da auch, sie haben ganz leichte Anpassungen, also textlich weiß ich natürlich nicht genau, aber leichte Anpassungen auch von den beschriebenen Regionen. Also hier haben sie nämlich in der zweiten Edition auch nochmal Kurköln extra mit drin und Hessen-Kassel war, glaube ich, in der ersten Edition auch nicht so direkt drin. Ja, dann machen sie weiter mit Niederlande und Untote Marschen. Das können sie natürlich jetzt vom Begriff hier direkt benennen, weil da gibt es ja auch das Buch schon. Ja, und die britischen Inseln haben sie dann hier schon mal ein bisschen beschrieben auf einer halben Seite. Ich meine, in ein paar Tagen startet dazu dann ja auch das Crowdfunding, soweit ich weiß. Ja, Spanien, Portugal, Dänemark, Skandinavien, Polen, Russland, Ungarn, Schweiz und die Alpen, Osmanisches Reich, Italien, Vereintes Königreich, Burgund haben sie da auch noch. Ja, also das haben sie anscheinend ganz leicht noch verändert und angepasst, Aber im Großen und Ganzen ist es ungefähr so, wie ich das mitgekriegt hatte im ersten Band damals. Ja, dann geht es weiter mit den fernen Gestaden. Ja, da haben sie dann Nordamerika zum Beispiel hier auch mit drin und auch was zu Monstern in Nordamerika. Ja, soweit ich weiß, gab es da jetzt noch nicht so richtig was im ersten Band. Das haben sie dann hier nochmal ein bisschen verändert. Ich meine, für mich jetzt, der die ganzen alten Sachen eigentlich kennt, für mich ist das klar, und auch diese neue Weltbände, für mich ist das klar, ich gucke dann halt einfach hier in die PDF mal kurz rein, falls ich es mal brauche und dann ist gut. Da brauche ich den Band jetzt hier nicht als Printprodukt. Vor allem, wie gesagt, wir benutzen auch den ersten Band einfach als Gesamtheit. Ja, Nordamerika. Also Nordamerika geht hier tatsächlich auch über eine knappe Seite. Oder ja, dreiviertel Seite. Und Nordamerika war, glaube ich, eher in einem dieser neuen Weltbände drin. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es davon gab. Von den Wundern der Welt? Ich glaube, also zwei Bände auf jeden Fall. Ich glaube, einen dritten gab es noch nicht. Ne, also einen dritten, da bin ich mir recht sicher. Ja, gab es nicht. Ja, dann geht es weiter mit Afrika, halbe Seite ungefähr, und Fernost gibt es auch noch mal. Ja gut, da haben sie natürlich jetzt aus dem Ganzen geschöpft, was aus den neuen Weltbänden eben schon, sagen wir mal, spekulativ vielleicht bekannt war. Kann ich aber auch nicht so genau was zu sagen, weil die neue Weltbände habe ich jetzt auch nicht gelesen. Hätte ich gerne, aber hat mir auch einfach die Zeit gefehlt, leider. Die habe ich leider auch nicht als Print, hole ich vielleicht doch mal nach. Ja, und dann haben sie das noch mal ein bisschen säuberlicher getrennt. Dann kommt nämlich extra der Abschnitt Territorien der Finsternis noch mal. Da geht es dann mit der Höllenmark hier los. Ein bisschen Historia dazwischen immer, so wie man es auch aus den neueren Hexenbänden kennt. Finde ich immer sehr, sehr schön. Ja, Höllenmark, der Harz ist noch kurz dabei, Königreich Rabenschwarz natürlich. Und ja, dann geht es weiter allgemein mit den Jägern und den Kreaturen der Nacht. Einfach, das haben sie glaube ich im ersten Band aber auch, also wie das Leben als Jäger ist und so weiter. Ja, und dann kommen noch Organisationen und Gruppen, das kennen wir auch aus dem ersten Band. Klar, da kommt dann erstmal der Wächterbund, die Faustgesellschaft darf nicht fehlen und die Berge- und Hebeunion. Aber sie haben es tatsächlich hier in Edition 2 noch ein bisschen erweitert, denn es gibt ja noch das Parazoologische Institut. Irgendwie, hier steht jetzt irgendwie Institute auf Englisch mit E am Ende. Und ein S fehlt bei Parazoologische. Okay, ja, naja, gut. Das ist natürlich aus dem Parazoologen-Band, den man für 40 Euro mal vor einer Weile irgendwann, also als er dann neu aufkam, konnte man den kaufen. Jetzt natürlich immer noch. Aber der ist halt nicht mehr ganz, ganz neu, aber relativ neu, sag ich mal. Ja, die Inquisition haben sie hier dann auch noch mit aufgeführt. Und zwar jetzt auch nicht immer nur ein paar Zeilen, sondern auch wirklich mal so eine halbe Seite alles. Und der Deutsche Orden ist hier nochmal extra drin. Und auch die Mariannen. Ja, und nochmal extra ein Abschnitt zu Feinden der Jäger. Ja, naja, das ist ja jetzt auch hier kein 130-Seiten-Band. Man sieht ja eben, 176 Seiten, also in dem Sinne. Ich meine, die 130-Seiten-Bände sind ja teilweise schon 40 Euro. Ist ja klar, dass es dann hier noch teurer ist. Ja, dann gehen sie aber auch nochmal auf den Alltag im Barock ein. Und ich glaube, das hatten sie noch nicht so richtig im ersten Band. Das finde ich eigentlich ganz cool. Hier einmal die Einleitung mit Bild. Und dann sogar hier eben noch in Abschnitten, ne? Also wirklich nochmal, wie es auf dem Land ist. Und das sind jetzt nicht nur irgendwie, naja, eine halbe Seite oder so, sondern wirklich über zwei Seiten, wie das alles auf dem Land so ist. Und in der Stadt auch nochmal anderthalb Seiten. Und dann geht es überhaupt erst weiter mit Kleidung und Mode nochmal separat. Und nachdem da dann über eine Seite überhaupt erstmal Allgemeines gesagt wurde, geht es dann erstmal noch mit dem kleinen Kleiderlexikon weiter. Das kennen wir ja auch noch. Ich meine, naja, sie haben ja auch gesagt, dass in dem ersten Band oder in der ersten Edition, da waren manchmal Sachen von der Sortierung her ihnen nicht mehr so gefällig später, sodass sie das ein bisschen geändert haben. Und das finde ich auch eigentlich ganz gut. Gut, diese ganzen Kleidungssets, die haben ja auch regeltechnischen Bewand. Aber ich meine, die regeltechnischen Auswirkungen von Kleidungsstücken kann man ja dann auch später nochmal wiederholen. Aber allgemein vorher erstmal ganz allgemeine Sachen zu Land und Leuten und zu sagen, das passt eben einfach. Ja, aber diese ganze Aufzählung vom Kleiderlexikon kennen wir an sich schon aus dem ersten Band. Aus der ersten Edition. Ja, dann kommen hier natürlich die Grundregeln. Das Bild hier kennen wir auch schon von früher. Ja, und sie haben natürlich bei diesen grünlichen Hintergründen gerne mal dieses Layout, was so liniert ist. Und dieses linierte, ich weiß nicht, ja, es ist vielleicht besser, als wenn da gar nichts wäre, aber es ist irgendwie nicht immer so meins, weil ich, ne, wenn man dann hier so weiterschaut, ich gucke dann immer so, ah, das steht ja hier alles gar nicht in einer Zeile genau vom Layout her. Und das irritiert mich persönlich zumindest irgendwie ein bisschen. Naja, gut. Ist aber nur Meckern auf hohem Niveau. Ja, dann geht es natürlich mit den Grundregeln weiter. Mal schauen. Klar, sie klären erstmal ganz viele Grundbegriffe. Das war, glaube ich, damals auch ungefähr so. Und dann natürlich Spielmaterialien. Die ganzen Würfel werden dann erklärt. Auch mit dieser Übersetzungstabelle von den Würfeln her. Das war früher alles ungefähr auch so. Und dann werden aber erstmal Fertigkeitsproben erklärt. Und da haben sie dann auch wirklich mit einer schönen Markierung dann auch immer erklärt, was sie auf so einem Bild dann meinen. Und ja, der Charakterbogen wurde ja auch vom Layout und so weiter ein bisschen angepasst. Deswegen sieht das vielleicht ein ganz bisschen anders aus für euch, wenn ihr das aus der ersten Edition kennt. Und ja, der Fertigkeitswert, also ich weiß gar nicht, ob der in der ersten Edition irgendwie gedeckelt war. Aber kann sein, dass der in der zweiten Edition tatsächlich gedeckelt ist. Na gut. Ja, Fertigkeitsprobe, soweit, so gut. Fokussieren, Modifikation, also alles, was man eben auch so kennt. Und ja, das hier finde ich auch von der Bebilderung vom Layout her und so weiter ganz cool. Dass sie dann auch auf den Würfeln so Kreise machen und so weiter. Und wirklich alles rot markieren, was gerade gemeint ist. Das ist echt cool. Natürlich haben sie da auch wieder Beispiele und so weiter drin, klar. Ja, das war es dann da auch schon. Und dann geht es weiter mit den Fertigkeiten. Also das Grundregelkapitel, das wirkte auf mich jetzt schon ziemlich ähnlich wie in der ersten Edition. Ja, hier einmal Fertigkeiten, die Einleitung. Und dann geht es mit den allgemeinen Fertigkeiten erstmal los. Okay, da will ich mal schauen. Da habe ich auch irgendwas mal in Videos gehört. Also, akademisches Wissen, damit fängt es an. So viele Fertigkeiten gibt es ja bei Hexen nicht, die kann man dann ruhig einmal durchgehen. Akademisches Wissen, das gab es früher so nicht. Früher hieß es, glaube ich, einfach nur Wissen oder Wissensgebiete. Gut, das haben sie also nochmal ein bisschen spezifiziert. Akrobatik gab es früher natürlich auch. Aufmerksamkeit gab es auch. Ausweichen gab es früher auch, war aber bei den Kampftalenten aufgeführt. Jetzt ist es hier bei den normalen allgemeinen Fertigkeiten aufgeführt. Klar, die erste Hilfe gab es früher auch. Fingerfertigkeit gab es auch, Geistestärke gab es auch, Handwerken gab es natürlich auch, Heimlichkeit gab es auch, Muskelspiel gab es auch. Mystisches Wissen gibt es jetzt hier noch. Das gab es früher so nicht. Wie gesagt, da gab es einfach allgemein Wissensgebiete. Okay, das haben sie also aufgespalten. Aber es gibt hier auch noch praktisches Wissen. Als dritte Kategorie. Gut, da haben sie also drei große Wissensgebiete draus gemacht. Aber es gibt separat auch noch Recherche. Cthulhu gefällig. Natürlich auch ganz cool. Und Redekunst natürlich gibt es immer noch. Seefahrt, klar, das wurde dann irgendwann in Mare Monstrum hinzugefügt, optional. Das ist jetzt hier einfach mit in den Grundregeln drin. Und Unempfindlichkeit. Okay. Ich habe hier nochmal zum schnellen Vergleich die Liste von der ersten Edition aufgemacht. Also Erkennen habe ich jetzt hier nicht gehabt. Also Erkennen haben sie anscheinend zusammengestrichen. Es gibt einfach nur Aufmerksamkeit. Ja gut. Ah, schon krass. Also die Spielerfahrung bei uns zeigt, wenn man das auftrennt. Also Erkennen ist ja dieses aktive Rumgucken. Wie sind es Schärfe grob bei DSA? Und Aufmerksamkeit ist mehr so passives Wahrnehmen, aber auch Hören noch dazu. So was wie Hören und Tastsinn ist ja eher Fingerfertigkeit. Also Hören und Spüren irgendwie. Und beides ist schon echt nützlich und kommt häufig vor im Spiel. Und wenn sie das jetzt noch zusammenstreichen auf eine Sache, dann ist es echt so mächtig wie bei DSA sind es Schärfe. Na gut, weiß ich nicht, ob mir das so gut gefällt, diese Änderung. Ja, Land und Leute gibt es ja dann eben jetzt nicht mehr. Dafür haben sie dann das Wissen ja aufgespalten. Und Reflexe gibt es auch nicht mehr. Reflexe war auch eigentlich nur dafür da, dass man Initiative steigert. Vor allem Würfeln tut man da offiziell bei der ersten Edition gar nicht so richtig drauf. Ja, und Reiten gibt es ja auch nicht mehr. Unempfindlichkeit gab es jetzt glaube ich auch nicht mehr hier in der zweiten Edition. Oder? Doch, gibt es noch. Und Geistestärke natürlich auch. Aber gut, Reiten. Okay, irgendwelche Tierkunde oder so haben sie jetzt auch nicht mehr drin. Gut, haben sie einfach drei Wissensgebiete. Na gut. Ja, danach kommen die Waffenfertigkeiten. Den Fausthieb gibt es natürlich immer noch. Dolche, Fechtwaffen, Schwerter. Also Säbel ist ja weggefallen, das weiß ich schon. Fechtwaffen, einfach allgemein Schlagwaffen, Stangenwaffen. Und ich weiß nicht, ich glaube Wurfwaffen gab es vorher nicht wirklich. Das haben sie jetzt einfach als Fertigkeit erschaffen. Kann man ja auch einmal hier die Liste aufmachen. Gut, hier heißt es jetzt Dolch und Messer. Naja. Ja. Also Wurfwaffen gab es früher nicht. Gut, finde ich okay, dass es das jetzt auch extra gibt. Da kann man dann auch Wurfspeere und sowas reinmachen. Pistolen, Armbrüste. Unter Armbrust fiel hier auch Bogen, das ist bestimmt immer noch so. Ja, Muskete noch, okay. Also Lanzen, Lanzenreiten, sowas gibt es jetzt hier nicht mehr so wirklich. Und Schildbenutzung ist hier auch weggefallen. Ich glaube, Schildbenutzung ist einfach aufgegangen in normalen Parieren. So, aber wie genau sie das dann da regeln, weiß ich nicht. Ausweichen, klar, das ist jetzt bei den allgemeinen Fertigkeiten. Okay. Dann gehen wir einmal zu den Kampfregeln. Ich weiß auch gar nicht, ob das genau dieselben Bilder sind, wie in der ersten Edition hier bei den Kapiteln. Kann vielleicht teilweise sein, muss aber nicht. Aber irgendwie sind die mehr, ja, erinnere ich mich irgendwie an diese Bilder aus dem Grundregelwerk. So, dann kommt hier zu Kämpfen einmal die Einleitung. Finde ich auch cool, dass sie hier einmal so diese Jägermatten noch drauf haben. Und natürlich auch da erstmal wieder ganz wichtige Begriffe im Kampf werden geklärt, über eine ganze Seite hinweg. Und dann wird auch erstmal was zum Kampfschauplatz gesagt. Ich glaube, so hat es nicht unbedingt in der ersten Edition angefangen, über eine halbe Seite. Und dann natürlich Reihenfolge im Kampf, klar, und die Bewegung und, ja. Sich im Kampf rumbewegen, taktische Möglichkeiten, Bindungen und sowas alles. Ja, das war ja auch in der ersten Edition so. Und, ja, wie man Aktionen ausführt, Aktionspunkte einsetzt und so weiter. Typische Aktionen nochmal aufgeführt in einer schönen übersichtlichen Tabelle. Also hier, die meine ich. Genau, und dann alles nochmal aufgedröselt, Angriff ausführen, klar. Auch nochmal mit nützlicher Waffentabelle und so weiter. Und falls Gifte irgendwie mit reinkommen, nochmal alles dazu gesagt. Also, ja, ungefähr wie im ersten Buch, in der ersten Edition. Ja, es gibt sogar noch einen extra Abschnitt zu AP-Kosten und Coolness. Aber ich glaube, irgendwie sowas stand auch im ersten Band. Und, ja, dann erstmal ganz in Ruhe Reaktion ausführen. Und, ja, da gibt es eben hier Ausweichen und Parieren. Da ist jetzt Schild nicht mehr extra mit drin. Wird aber extra nochmal aufgegriffen. Da heißt es hier, im 18. Jahrhundert ist der Kampf mit Schilden nur noch wenig verbreitet. Es gibt zwar den Parierschild oder Fechtschild, Rotella. Doch allgemein gilt der Einsatz von Schilden als schwerfällig, unhandlich und aus der Mode gekommen. Jäger mit der Rolle Beschützer können über die Jägerkraft Herausforderungen den Geselleneffekt Schildmeister erlernen, der den Umgang mit Schilden simuliert. Okay, das haben sie also ein bisschen in so eine Rolle reingedrückt. Wenn du Schilde aus erzählerischen Gründen für deinen Jäger verwenden willst, kannst du auch die unverendeten Ausweichenregeln verwenden und einen Schildblock rein erzählerisch einbauen. Es ist für die Regeln unerheblich, ob du einem gegnerischen Angriff durch einen Schritt zur Seite ausweist oder ihn mit einem beliebigen Objekt blockst, solange du die normalen Ausweichenregeln anwendest. In einem cinematischen Spiel hast du viele erzählerische Freiheiten. Ja, gut, Schild war ja halt immer nett, wenn man irgendein Geschoss, also ein Geschoss blocken wollte halt, ne? Weil mit einer Klingenwaffe jetzt ein Geschoss blocken ging ja eben nicht so. Aber klar, ähm, haben sie irgendwo recht. Man kann auch einfach einen Schritt zur Seite ausweichen. Und das, ja, gut, haben sie eigentlich ganz okay zusammengestrichen, finde ich okay. Ja, dann diese ganzen Sachen mit Schaden, Panzerung. Ja, dann müssen natürlich noch die ganzen anhaltenden Einflüsse kommen. Da haben sie auch sehr schön wieder die Symbole dafür von den Blips, von den Chips sozusagen, mit reingebaut. Dass man auch weiß, wie das dann aussehen würde. Auch noch mit einer tabellarischen Übersicht. Das hatten sie, glaube ich, nicht in der ersten, im ersten Buch damals. Dann kommt natürlich noch einiges zu Indie Null und wie das ist, wenn man aus dem Kampf fliehen will. Ja, ich glaube, das gab es damals nicht so. Man war ja einfach gebunden. Hier ist es jetzt wohl irgendwie so, man kann dann in der Runde keine Aktionen durchführen. Und wenn man schon welche ausgeführt hat, kann man erst in der nächsten Runde fliehen. Und dann würde man in Indie Null automatisch entkommen. Egal, ob man jetzt gebunden war oder nicht. Ja, man kann vielleicht auch noch jemanden mitzerren. Und im schlimmsten Fall muss man irgendwen zurücklassen. Ja, gut. Ja, dann geht es natürlich um verletzte Jäger und wie das ist mit niedrigen Leben und so weiter. Ja, Umgebungseffekte und Gelände noch ein bisschen was dazu. Es wirkt alles ein bisschen übersichtlicher auch. Ja, dann geht es hier weiter, auch mit einem echt coolen Bild. Ich glaube, das kenne ich noch gar nicht. Mit den Ausbauregeln. Da bin ich mal gespannt, ob jetzt da irgendwas dabei ist, was Spieler vielleicht noch nicht unbedingt sehen können müssen. Gut, auch hier wieder erstmal wichtige Begriffe. An denen sieht man natürlich schon, worum es dann geht. Ja, Konflikt, Erzählzeit, das ist auch für Spieler irgendwie wichtig. Freizeitaktionen. Auch alles wichtig. Die Freizeitaktionen können Sie ja hier eigentlich jetzt ganz gut erweitern, weil ich meine, es sind ja in der ersten Edition immer mal später welche dazugekommen. Sieht man ja auch in der Hexen-Regel-Wiki dann. Aber mal gucken, ob Sie das jetzt hier auch gemacht haben. Okay, Dinge produzieren ist jetzt hier noch mit drin. Das gab es, glaube ich, früher nicht unbedingt. Klar, Marktbesuch und so weiter. Regeneration, Geld verdienen. Okay, und da ist Schluss dann. Okay. Also diese ganzen Sachen, diese coolen, die man noch so aus der Regel-Wiki machen kann, die sind hier jetzt alle, da ist gar nichts mit drin. Da ist wirklich nur Dinge produzieren mit drin. Okay. Aber das ist wahrscheinlich einfach auch Handwerken. Das gab es vielleicht auch im ersten Band. Okay, schade. Bin ich ja fast ein bisschen enttäuscht. Gut, Kuhs und Ideen natürlich. Da wird auch nochmal drauf eingegangen. Aber sie haben natürlich jetzt hier, weil wir ja schon weiter sind bei Hexen, noch einen extra Abschnitt, also einen extra Unterkapitel zu besonderen Ressourcen. Klar, Segnungen sind da drin. Aber es gab ja dann auch relativ schnell bei Hexen in der ersten Edition Ambition und Rage. Das wurde ja mit Hexenzorn und Hexen, ich weiß gar nicht, wie das andere Buch hieß, auf jeden Fall Hexenzorn und so weiter eingeführt. Also einem der ersten Crowdfundings. Und Quintessenz ist hier auch mit drin. Das ist ja quasi diese Magie-Ressource. Die gab es ja dann erst später irgendwann mit der Rolle Mystica. Ja, und natürlich noch Esprit wird extra erklärt mit dem Esprit-Stern. Und natürlich unvermeidbar die Verderbnis. Ja, der Unterhalt wird noch erklärt. Und, naja, gut, okay, und Bandengegner und Bandenfreunde werden allgemein nochmal erklärt. Okay, Anführer werden jetzt hier nicht genannt. Na gut. Gibt doch auch Anführerfreunde, oder irre ich mich da? Naja. Dann nochmal ein extra Kapitel zu Auf dem Markt und dann wie das mit der Kleidung im Spiel ist. Da werden jetzt aber auch noch nicht alle Kleidungen aufgeführt. Mal gucken, ob das irgendwo kommt. Ah, okay, und dann kommt ein extra Unterkapitel zu Waren. Und da sind auch die ganzen Bilder von den Kleidungen. Genau, also hier sind dann die ganzen Bilder und so weiter. Aber hier wird zwar noch ein bisschen was erklärt, aber ohne Regeltechnik dazu. Ja, okay. Gibt sogar noch einen kleinen historischen Artikel zu D'Artagnons Kleidung. Und die Schweizer Garde auch nochmal historisch. Ja, sehr schön. Wird auch alles in Tabellen nochmal schön aufgelistet. Und, ja, mit Waffen wird das auch nochmal alles gemacht. Auch mit Bildern auch nochmal schön in Tabellen alles aufgelistet. Sehr, sehr schön und übersichtlich sieht das hier aus. Und dann geht es in dem nächsten Kapitel um die Jägererschaffung. Da haben wir hier ein Bild aus der Fiebel des Jägerhandwerks. Konnten sie natürlich jetzt hier schön verwursten. Ja, auch da natürlich erstmal wieder, ne? Grundbegriffe klären. Was ist der Jägerbogen? Die ganzen Begriffe, Abkürzungen, FW, INI. Was ist eine Rolle? Und so weiter. Ja, dann natürlich wieder typische Namen des Barocks. Geschlechtshinweise natürlich wieder. Und natürlich auch die ganzen anderen üblichen Sachen von früher, wie das ist, wenn man jetzt mit einer Profession starten würde. Oder also einer anderen Jägerstufe. Und nochmal die ganzen Grundrollen. nochmal hier aufgelistet in Kurzform. Ja, und natürlich all diese grundsätzlichen Dinge erklärt, ne? Jägerkräfte, die Ausbaukräfte, Fertigkeiten. Nochmal in Bezug auf Jäger direkt. Attribute und so weiter. Also alles, was den Jägerbogen betrifft, wird hier erklärt. Klar, da sehe ich jetzt auch keine krassen Abweichungen zu dem ersten Buch. Und Zusammenfassung gibt es hier auch immer wieder. Genau, so war es ja teilweise auch im ersten Buch. Und dann kommen hier so ein paar Jägergrundpakete. Da kann man einfach sich so ein paar Typen, quasi wie so ein Archetyp, holen. Und so sieht das dann aus. Also wirklich einfach ganz kurz zusammengefasst. Da gibt es dann auch wirklich zwei Seiten oder so von oder mehr. Ja, dann kommen die Motivation. Da gibt es ja auch mittlerweile einige mehr. Mehr als damals im ersten Grundregelwerk. Also ich meine, klar, bei uns, ne? Wir gucken halt eigentlich immer einfach in der Regel-Wiki, weil da einfach dann alle oder fast alle drin sind. Und ja, das sind schon einige. Ich glaube, es sind sogar ein ganz bisschen mehr, wenn ich bin nicht irre, als damals im Grundregelwerk. Aber wahrscheinlich auch nicht alle aus der Regel-Wiki. Ja, dann noch, wie die Gruppe sich zusammenstellen kann auf einer Dreiviertelseite. Und dann geht es auch schon nach Kapitel 7. Rollen- und Jägerkräfte. Auch wieder mit dem coolen Bild hier. Ja. Jaja, Kräfte am Spieltisch beschreiben. Da haben wir auch so einen Spieler dabei, der macht das leider recht wenig. Der sagt dann immer so ganz funktional, was da passiert. Und vor allem hat er auch jetzt viel so priester, eifacher als Kombination gespielt, die beiden Rollen. Ja. Und da hätte man wirklich viel toll beschreiben können. Und dann hat er das leider nur sehr wenig gemacht. Und ich habe dann teilweise als SL immer nachgefragt. Ja, was sagst du denn da? Wie wirkt das denn? Wie sieht das aus für andere? Na gut. Ja. Achso, was man bei den Fertigkeiten vielleicht noch hätte sagen können. Weil jetzt gerade, wo es bei denen um die Rollen geht, fällt mir das gerade ein. Sie haben ja auch so Kleinigkeiten, die bei den Fertigkeiten, bei Steigerung der Fertigkeiten was gebracht haben. Also zum Beispiel Reflexe haben wir ganz rausgelassen. Das hat ja bei der Steigerung einfach mehr Initiative gebracht. Aber diese Unempfindlichkeit gibt es ja noch als Fertigkeit, meine ich. Und die steigert zum Beispiel auch mit jedem Punkt dann einen Lebenspunkt eigentlich bei Hexen. Solche kleinen Gimmicks, dass man da nochmal auf den Text der Fertigkeiten achtet und so. Also wir sind ja damals in der Gruppe noch mit DSA 4.1 größtenteils gestartet. 4.0, 4.1, ganz bis in DSA 3. Und da war das natürlich ständig irgendwo der Fall. Und dann habe ich auch Midgard noch irgendwann kennengelernt. Und da war auch wieder irgendwas hier und da los. Mit extra kleinen Regelmechanismen, die man dann auch wirklich nur bei speziellen Anwendungen von den Fertigkeiten brauchte. Da konnte man bei Midgard 5 dann auch, oder kann man bei Midgard 5 dann auch immer schön in den Fertigkeitsbeschreibungen was nachlesen. Wobei auch bei Splittermond ist das ja mehr oder weniger so. Naja. So. Und das wollten sie nämlich alles rausstreichen, dass das klarer und nicht irgendwie versteckt ist. Finde ich an sich auch gut. Da gehen sie dann mit der Zeit. Und natürlich ist es dann so, dass man hier und da dann vielleicht mal einen Lebenspunkt weniger hat, wenn man das eben nicht bekommen kann durch eine Steigerung. Und das haben sie dann eben mit in die Rollen, in irgendwelche Ausbaukräfte oder so, glaube ich, und andere Kräfte vielleicht noch reingesteckt. Da kriegt man dann hier und da mal irgendwo mal einen Lebenspunkt oder so, oder vielleicht mal einen Initiativepunkt. Na gut. Ja, die Alchemistenrolle. Tatsächlich habe ich da gerade auch den Charakter, wo ich in einem anderen Video mal meinte, wir haben gerade Mare Monstrum angefangen. Ein anderer leitet jetzt aus unserer Gruppe. Und da habe ich einen Charakter vom Hospitalita-Orden, Johanni Zweig. Und da ist auch die Alchemistenrolle mit drin. Weil die Johanni, die, ja, müssen eben auch Alchemisten sein als Profession. Also wir starten als Hexen eigentlich immer auf Stufe 2, dass wir gleich die Profession mit wählen können. Und dann überlegen wir uns eine ganz kurze Vorgeschichte. Entweder für die Gruppe zusammen, warum wir schon auf Stufe 2 sind, oder eben jeder für seinen Charakter. Und dann passt das. Ja, Alchemistenrolle haben sie auch. Tolle neue Bilder zwischenzeitlich. Ja, Attentäterrolle war ja vorher auch schon im Grundregelwerk. Beschützerrolle auch. Ah, auch der hat ein neues Bild. Eifererrolle, ach genau, Eiferer ist bei mir noch mit drin. Für Hospitalita. Alchemist und Eiferer. Genau, gab es auch schon. Fechterrolle, Fernkämpferrolle war früher auch. Konstrukteursrolle auch. Und die Kundschafterrolle. Ich glaube, deswegen sind jetzt, glaube ich, 4 Rollen hier im Grundregelwerk. in dem Buch hier, Buch der Regeln 1 und nicht 10, weil die Kundschafterrolle, die hatte wohl so ein bisschen Schwächen. Die war, glaube ich, im Archiv des Wächterbundes, keine Ahnung, 1, 2 oder irgendwas. In irgendeinem Archiv war die drin. Und dann haben sie gesagt, oh, die hatte ein bisschen Schwächen und es ist doch auch eine grundlegende Rolle irgendwo. Deswegen packen wir die hier auch mit ins Buch mit rein. Ja, da haben wir tatsächlich auch gerade einen, der bei uns so Kundschafter-mäßig was spielt. Und der von uns, der gerade leitet, der sich bei uns in der Gruppe auch am besten mit Balancing, Mathe und sowas alles auskennt, der meint so, so schlimm ist die Kundschafterrolle in der ersten Edition gar nicht. Aber okay, ich glaube ihm mal. Ich habe mir das noch nicht so genau angeschaut. Ja, Nachkämpferrolle ist hier noch drin. Klar gab es früher auch. Priesterrolle auch. Strategenrolle auch. Okay, dann gehen wir hier so langsam ins Ende. Stufenaufstieg und Professionen. Auch wieder ein sehr schönes Bild. Achso, ja, Weinglas auf dem Boden, klar. Ja, so geht das dann hier los. Natürlich geht es auch hier nur bis Stufe 12 erstmal, weil es gibt ja die legendäre Jäger nochmal extra. Ah, allerdings sehe ich gerade auf der direkten nächsten Seite, da ist tatsächlich hier bis Stufe 25. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das hier noch mit drin ist. Ich dachte, sie begnügen sich dann, keine Ahnung, mit der Fibel des Jägerhandwerks oder so. Wobei, da ist vielleicht auch alles ein bisschen wieder anders, ne? Naja. Gut. Aber ich glaube, so viel hat sich da auch nicht geändert. Oder vielleicht auch gar nichts. Ja, genau. Wie das ist mit neuen Rollen, Jägerpunkten, Fertigkeitspunkten. Also diese ganzen Steigerungssachen, Ressourcen steigern, Professionen lernen, wie man das wählt und so weiter. Und Meisterprofessionen werden hier auch noch angesprochen. Okay, mal gucken, ob es hier schon irgendwas gibt. Also, bei den Meisterprofessionen. So, schauen wir mal. Also Aristokrat gab es, meine ich, auch schon ganz normal im ersten Buch damals. Gardist auch, Inquisitor meine ich auch, Musketier auch, Ordenskrieger einfach allgemein auch. Oh, die haben auch schöne neue Bilder gekriegt. Kann man ja mal so den Ordenskrieger zum Beispiel zeigen. Oder hier einfach zwei Sachen. Also einmal hier schön Gardist, also hier jetzt in weiblicher Form sogar mal. Und hier auch nochmal der Ordenskrieger. Ja, den Rächer gibt es noch, war damals auch so. Söldner war auch so. Der Spion war, meine ich, damals auch mit drin. Der Streuner, glaube ich, auch. Tüftler, meine ich auch. Universalgelehrter auch. Wanderprediger kann auch sein. Okay, also ich bin mir bei zwei, drei Professionen nicht mehr ganz sicher. Aber im Großen und Ganzen sieht das recht gleich aus wie damals. Ja, okay. Okay, Meisterprofessionen wurden dann vorher kurz angesprochen, kommen hier jetzt aber nicht groß. Okay. Ja, und dann haben wir am Ende noch eine Konvertierungshilfe, die über zwei Seiten geht. Ja, gut. Da sprechen sie einfach alle kleinen Sachen an. Und dann kommt auch schon zwei Seiten der Index und dann der Bogen, der neue Jägerbogen. Und ja, zum Schluss kann ich auch nochmal hier den neuen Bogen zeigen. Mal schauen, ob mir sofort irgendwas auffällt. Also klar, das Layout ist ein bisschen anders. Ich weiß gar nicht, ob drei Rollen auf dem, den ich kenne, schon drauf waren. Ich glaube nicht. Unterhalt Vermögen ist jetzt auch hier gleich auf der ersten Seite. Kleidungsset auch sofort auf der ersten Seite. Klar, die Ressourcen sind alle da. Die Jägerkräfte. Oh, das ist jetzt aber hier. Okay, das ist jetzt kein Deluxe-Bogen. Sonst könnte man die Jägerkräfte noch weiter aufgefächert aufführen. Alles Layout-technisch hier ein bisschen schöner gemacht und verändert. Okay. Die Reduzierungsproben. Das Wort gab es, glaube ich, auch auf dem alten Bogen nicht. Man kann jetzt hier die Leben anders ankreuzen. Okay, finde ich auch ganz schön eigentlich gelöst. Hat so ein bisschen was von Splittermond irgendwie. Gut, ja, Waffenfertigkeiten, Notizen, Ausrüstung. Ja, okay. Ich kann ja hier nochmal zum Vergleich den Deluxe-Jäger-Bogen zeigen, den wir auch immer verwenden. Ah, doch, ich sehe gerade hier sind die drei Rollen auch mit drin. Sehr schön. Der hat nämlich schön noch Charakterbeschreibung, Herkunft, Familie. Das füllen wir auch immer schön aus. Ein Platz für ein Bild ist da oben noch. Man kann sogar noch Fertigkeiten eintragen, wie Seefahrt bei der ersten Edition. Das ist alles ja relativ ähnlich hier. Wie viele Aktionspunkte man hat, weiß ich gar nicht, ob das auf dem anderen jetzt auch drauf war. Die ganzen Zustände kann man hier schön ankreuzen und neue auch dazuschreiben. Und Jägerkräfte waren richtig schön weiträumig hier mit Platz bestückt. Gut, Ausbaukräfte auch. Gut, und dann kam halt der Kampf erst mit allen möglichen Erklärungen hier noch dabei. Richtig schön. Und dann konnte man hier nochmal extra Notizen machen und so weiter. Und den Bogen habe ich natürlich auch in, ja, ausfüllbar, digital ausfüllbar. Konstruktionspunkte für den, na, Konstrukteur auch noch dabei. Ja, dann hier wieder diese Deckblattseite, sag ich mal. Und ja, das war's dann. Okay. Ja, gut. Das ist dann jetzt hier ungefähr mit einer Dreiviertelstunde auch eigentlich genug. Denke mal, so einen groben Einblick zumindest konnten wir hier mal bekommen. Und klar, für die ganzen richtig dollen Details, was jetzt anders ist in dieser Edition und so weiter. Also, ja, das habe ich natürlich jetzt hier nicht gemacht. Nur das Grobe, was ich eben so noch wusste, was jetzt auch hier mit den, ja, Inhalten direkt zusammenhing, über die ich hier geredet habe. Genau, aber ansonsten gibt es natürlich da auch, wenn man in die Konvertierungshilfe dann guckt oder gewisse Videos von Ulysses oder so, da kann man dann auch alles irgendwie mitkriegen heutzutage in den Medien. Okay. Ja, Dreiviertelstunde ungefähr soll eigentlich auch dann hier reichen. Ich denke mal, morgen wird es direkt dann weitergehen mit dem Buch der Regeln 2. Muss ich mal gucken, was ich daraus so überhaupt zeige. Weil, ja, ich will zumindest nicht groß spoilern oder so. Aber ich bin mal gespannt, was da alles so drin ist. Kostet ja auch 5 Euro mehr. Weil hier wurden jetzt eben schon sehr viele Sachen beschrieben. Ich habe da auch, wie gesagt, noch nicht reingeschaut. Na, würde mich ja wundern, wenn hier jetzt nochmal die gleichen Sachen drin sind. Glaube ich aber eher nicht. Na gut. Dann, also erstmal bis zum nächsten Mal und bis denn.